Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es folgt von mir nun auch endlich das Video zum Essence Sortiment Update. Das zum Catrice Sortiment Update habe ich ja schon online gestellt, vor einiger Zeit sogar, weil dieses Mal Catrice schneller dran war als Essence. Essence hat sich wirklich sehr viel Zeit gelassen, um die neuen Produkte endlich vorzustellen und sie im Onlineshop rauszubringen. Und ja, ich habe mir ein paar Produkte ausgesucht, die mich sehr interessiert haben und möchte die heute gerne für euch testen. Das erste Produkt habe ich auch schon drauf und zwar ist es der Fix & Last Makeup Gripping Jelly Primer. Den habe ich mir nur auf eine Seite aufgetragen, weil ich eben auch gerne neue Foundation testen möchte und da dann gerne nur eine Seite mit einem neuen Primer ausprobiere sozusagen, um einfach zu gucken, sollte die Foundation nicht funktionieren, liegt es am Primer oder liegt es halt an der Foundation. Und wenn ich jetzt beide Seiten mit dem Primer auftragen würde, wüsste ich es halt nicht. Ich lese euch einfach mal kurz vor, was der Primer können soll. Und zwar Makeup greifende und feuchtigkeitsspendende Kondierung, die für ein frisches Finish sorgt, für optimale Ergebnisse einige Sekunden warten, bis sie eingezogen ist und den Griffeffekt für besseren Halt des Makeups vollständig aktiviert ist. Lässt sich transparent auf die Haut auftragen, auch alleine für eine glatte und frisch aussehende Haut tragbar. Okay, erstmal muss ich sagen, dass ich den Primer ziemlich cool finde. Ihr seht auch, dass der so ein... Ja, er ist halt ein Jelly Primer, ne? Ich denke, vom Konzept her soll er so ein bisschen wie der Milk Makeup Gripping Primer sein, weil hier eben auch Makeup Gripping draufsteht. Ich muss sagen, dass ich ihn sehr, sehr angenehm auf der Haut finde. Ihr seht auch, wie schön meine Haut jetzt hier glänzt. Gut, hier halt auch durch meine Tagespflege. Aber auf jeden Fall sieht sie sehr, sehr prall aus. Ich finde, ein bisschen praller als jetzt die Seite. Hat sich sehr angenehm auftragen lassen. War relativ flüssig für das, dass es ein Jelly sein soll. Aber extrem kühlend auch. Also es war sehr, sehr frisch, als ich es auf die Haut aufgetragen habe. Genau, Hydrating und Refreshing. Muss ich sagen, ist so. Hat so einen ganz leichten Hautpflegeduft. Ist jetzt nicht zu extrem, aber es riecht halt auf jeden Fall nach was. Das muss euch halt bewusst sein. Dann Free From Silikons und Alkohol, was ja schon mal sehr, sehr gut ist. Weil Alkohol mag ich nicht so gerne in Produkten. Ich habe ja letztens einen Concealer getestet, der mir dann unter dem Auge gebrannt hat, weil eben Alkohol drin war. Ja, ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr erfrischend. Der Primer kostet 3,99 Euro, was ich vollkommen in Ordnung finde. Ihr bekommt hier 29 Milliliter. Ja, ist auf jeden Fall ein solides Produkt. Ich probiere ja immer gerne neue Primer aus, vor allem aus der Drogerie. Und den fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann habe ich mir zwei weitere Hautprodukte ausgesucht. Und zwar einmal den Hydro Hero Skin Tint oder die 24 Stunden Hydrating Tinted Cream. Bin ich sehr gespannt. Und dann habe ich mir aber noch die Magic All-in-One Face Cream ausgesucht. Ich glaube, die würde ich jetzt aber heute nicht testen. Falls ihr zu der noch ein Video sehen wollt, ich werde euch eine Abstimmung auf Instagram reinpacken. Genau, da könnt ihr dann einfach mal abstimmen. Dann inkludiere ich das noch in mein Full Face New Drugstore Makeup, falls ihr den sehen wollt. Genau. Ich lese euch aber mal kurz vor, was dieses Ding hier können soll. Und zwar ist es die Magic All-in-One Face Cream. Healthy Look in Seconds. Skin Tone Adapting, Sheer Coverage, Hydration, Perfect Tint und Blurring Effekt. So, All-in-One Gesichtscreme. Zaubert in wenigen Sekunden einen frischen Tor. Die Textur enthält leicht deckende Pigmente, die sich allen Hauttönen anpassen. Die Creme mit Lichtschutzfaktor 10 spendet Feuchtigkeit und erzeugt ein dezent getöntes, ebenmäßiges Hautbild. Ich finde, das hört sich sehr, sehr spannend an. Ich möchte es aber heute nicht testen, weil das hört sich für mich an wirklich wie, kennt ihr diese grüne Creme? Ich weiß nicht mehr von welcher Marke sie ist. Cica Pair oder sowas, die einfach so ein bisschen den Hautton ausgleicht. So hört sich das für mich an. Das ist mir jetzt einfach ein bisschen zu wenig Coverage, wenn ich jetzt noch coole Lidschattenpaletten habe zum Austesten. Ja, weshalb ich jetzt heute im Video die hier nehmen würde, die Tinted Cream SPF 15. Und ich habe die Farbe 05 Natural Ivory mir ausgesucht, was die hellste Farbe im Übrigen ist. Und auch hier lese ich euch mal kurz vor, was sie können sollen. Feuchtigkeitsspendende, getönte Creme für ein angenehmes und langanhaltendes Tragegefühl. Leichte Textur mit Hyaluron verleiht ein natürliches und frisches Aussehen. Leichter bis mittlerer Deckkraft lässt sich gut aufbauen. Das ist aber auch kein deutscher Satz, oder? Ohne Parfüm, Alkohol, Silikone, Öl formuliert und Lichtschutzfaktor 15. Finde ich ja schon mal sehr, sehr gut. Auch, dass hier kein Parfüm drin ist. Ist also auch was für Leute, die sehr, sehr sensibel auf Duftstoffe sind. Das finde ich sehr ansprechend. Nur kurz, die hat 3,99 Euro gekostet, die hier auch. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin ja kein Fan von so ganz extrem niedriger Deckkraft. Weshalb ich hier auch gespannt bin. Es steht ja aufbaubar bis mittlere Deckkraft dran. Ob das auch tatsächlich so hinhaut. Und das werden wir jetzt einfach mal testen. Ja, tatsächlich kein Parfüm. Also ich rieche nichts. Nee. Sie hat einen ganz, ganz leichten Eigengeruch. Aber jetzt nichts, was man wirklich so riecht, wenn man nicht so mit der Nase dran geht, wie ich es gerade gemacht habe. Aber ich muss es ja für euch testen. Deshalb muss ich auch an meinem Schwämmchen schnuppern, ob das Ding hier riecht. Ja, vom ersten Auftrag ist es eine leichte Deckkraft. Aber seht ihr das? Ich will ja jetzt nicht sagen, ich weiß, dass ich sehr, sehr hell bin. Aber wenn ich 0,5 Natural Ivory raussuche und das die hellste Farbe ist, was ist das bitte? Also, oh Leute, Leute, Leute. Das gleiche Problem hatte ich ja bei der Catrice Foundation auch schon. Bei dem neuen Skin Tint. Und ich meine, ihr seht es auch hier. Ich trage es jetzt einmal noch komplett auf, einfach um zu schauen, wie sich die Foundation dann so verhält. Aber ich glaube, ich werde es danach abnehmen, weil das sieht ja grausam aus. Wenn ich mir jetzt überlege, ich will euch ja noch einen Make-up-Look mit den neuen Paletten schminken. Und dann sehe ich so aus. Es ist auch sehr, sehr gelb, finde ich. So gelb-orange irgendwie. Gottes Willen. Also, die Deckkraft ist in Ordnung. Es ist ein Tinted Moisturizer, um es mal so zu sagen. Von der Deckkraft her eine leichte Deckkraft, wie es auch draufsteht. Ihr könntet die bestimmt jetzt auch mehr aufbauen. Aufbauen und dann drücke ich mir auf den Kehlkopf. Gute Idee. Dass sich das Aufbauen dann so komisch anhört. Aber das ist halt nicht meine Farbe. Guckt euch das bitte mal an. Also, das sieht ja wirklich schlimm aus. Ich könnte es jetzt bis hier runter noch den Hals runterblenden. Aber soll ich, soll ich nicht. Nee. Also, das ist auf jeden Fall, finde ich persönlich, nicht die hellste Farbe. Sind wir mal ehrlich. Ja, ich bin ein sehr, sehr heller Typ. Aber viele von euch, die mich auch schauen, sind genauso hell. Ich lese es ja oft in den Kommentaren, dass ihr sagt, ihr seid genauso hell wie ich. Und dass solche Produkte dann nicht für euch hinhauen. Wie bei der Catrice Foundation zum Beispiel. Ähm, ja. Also, Essence hat das sonst immer ganz gut hingekriegt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe einige Essence Foundations, wo mir die hellste Farbe wirklich sehr, sehr gut passt. Aber hier sind sie halt am Ziel vorbeigeschossen. Also, das ist die hellste Farbe wirklich, Leute. Ja, ich werde das Ding jetzt dann gleich abnehmen, weil das sieht ja wirklich katastrophal aus. Kurz zu dem, wie sich die Creme hat auftragen lassen. Sie lässt sich schön einblenden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, meine Haut sieht frisch aus. Hat trotzdem so ganz leicht die Deckkraft. Oder ganz leicht ist falsch, weil sonst würdet ihr ja nicht den Farbunterschied sehen. Aber es ist eine leichtere Deckkraft. Ihr könnt sie aber bestimmt bis zu einer mittleren Deckkraft aufbauen. Wenn ihr jetzt nochmal eine Schicht draufgebt, kriegt ihr auf jeden Fall eine bessere Deckkraft. Es gibt wirklich ein schönes Hautbild, muss ich ehrlich sagen. Es sieht gepflegt aus. Hat sich schön einblenden lassen. Es ist nicht parfümiert, so wie es draufsteht. Also, an sich ein schönes Produkt. Nur, was die Farbrange angeht, guckt es euch halt einfach an. Ich meine, dazu brauche ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Sehr, sehr schade, weil ich das Produkt gerne weiter benutzt hätte. Aber, ja, ich werde meine Schwestern mal fragen. Die sind ein Ticken dunkler, ob es denen vielleicht hinhaut. Ansonsten mal gucken, wem ich das weitergebe. Aber ich kann es auf jeden Fall nicht tragen. Ich muss immer wieder in die Kamera gucken, weil es echt verboten aussieht. Ich hoffe, ich übertreibe jetzt nicht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber ich finde, für die hellste Foundation, ich meine, guckt es euch an, ist das schon heftig, oder? So, jetzt bin ich zurück mit einer passenden Base. Sieht doch gleich viel besser aus. Ich habe mir auch noch die Augenbrauen dann schnell gemacht, damit das erledigt ist. Concealer und so aufgetragen, weil da war jetzt nichts Neues im Sortiment dabei. Das nächste Produkt, das ich habe, ist dieses hier. Kissed by the Light Illuminating Powder. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das für ein Ding sein soll, weil multifunktionale Highlighter-Puder. Es sind aber auch rote Streifen mit drin. Ich weiß nicht, ob das ein Blush ist, ob es ein Highlighter ist, aber wir testen das jetzt einfach mal. Ich möchte nur mal kurz mit dem Finger so einmal durch alle Farben durch. Ja, hier. Also es ist eher ein Highlighter, würde ich sagen. Gut, dann nehme ich mir meinen Highlighter-Pinsel zur Hand. Gut, das Ding kostet 3,79. Ihr seht, ich bin einmal durch. Die Hauptfarbe ist halt das hier. Und das Rot kommt so gar nicht so doll raus. Ja, wartet, ich swatch euch einmal nur das Rot. So, okay. Ich gehe jetzt einfach mal wieder durch alle Farben durch und gebe mir das mal hier auf. Ja, doch. Hinterlässt ein schönes Highlight. Da gab es auch zwei verschiedene Farben. Ich habe die 01 genommen, also die hellere Farbe natürlich. Ja. Ist schön. Ich denke, wenn man wirklich mit einem Pinsel gezielt in dieses rötliche reingeht, dann bekommt man eher wie so ein Glowy Blush. Ihr seht es ja hier. Aber wenn ich so durch alles durchswirl, ist das der Ton, den ihr bekommt. Weil halt wirklich dieses Helle die Hauptfarbe ist. Ich finde es schön. Ist jetzt kein extrem Blinding-Highlighter, aber hat trotzdem, finde ich, sorry, hallo Autos wieder. Ich finde, es hat eine schöne Leuchtkraft. Auf jeden Fall. Ist halt eher so ein natürlicher Highlight. Ja. Passt aber gut zu mir auch zu dem hellen Hautton. Würde ich jetzt aber stark in dieses Braun reingehen. Ich glaube, das wäre mir dann schon wieder zu dunkel. Ich swatch euch das auch mal kurz gezielt. Ja. Das wäre dann eher so ein Bronzer-Ton. Aber an sich, wenn ich wirklich alles vermische, sieht es gut auf meiner Haut aus, muss ich sagen. Ich verstehe nicht ganz, was dieses Rot und das Braun da mit drin soll. Aber es ist ein schönes Produkt. Ist halt, glaube ich, auch was für so Packaging-Opfer wie mich. Seien wir mal ehrlich. Wäre es jetzt nur diese Farbe als Highlight gewesen, hätte ich es, glaube ich, nicht gekauft, weil ich es einfach langweilig gefunden hätte. So ist es natürlich was für die Packaging-Opfer. Ich bin schuldig. Aber es ist auf jeden Fall schön. Ja. Doch. Gefällt mir gut. Ist auch. Ich finde, Essence ist sehr innovativ immer, was sowas angeht. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass man zum Beispiel als Hauptfarbe dieses Rot mal macht und die anderen Farben. Und dann, wenn man das mischt, ist es eher wie so ein Glowy Blush in dieser Rotfarbe. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich finde es auf jeden Fall ein schönes Produkt. Muss man es jetzt unbedingt haben, würde ich sagen, nein, weil es ist halt doch einfach nur ein Highlighter. Ja, gut. Ist halt so. Also, wie gesagt, wenn ich zentrierte in dieses Rote mit dem Pinsel reingehen würde, könnte ich es jetzt auch als Blush auftragen noch. Oder wenn ich zentrierte in das Braun gehe, dann wäre es wie so ein Bronzepuder noch. Also, wenn ihr wirklich mit dem kleinen Pinsel jetzt wirklich so da reingeht, bekommt ihr die Farbe sehr, sehr raus. Wenn ihr aber so swirlt, wie ich es gemacht habe, überwiegt halt einfach das hier. Aber irgendwie doch ein cooles Produkt, ja. Kommen wir dann wie immer zu meiner Lieblingskategorie, und zwar Lidschattenpaletten. Ich habe mir einmal die The Cool Nudes Edition bestellt. 3,99 hat die gekostet. Wenn ich sie aufkriege, genau. Die werde ich heute nicht testen, sondern ich habe noch zwei andere Paletten. Die hier würde ich in meinem neues Drogerie-Make-up im Test-Video mit reinnehmen. Da habe ich noch einige andere coole Produkte aus der Drogerie, die ich für euch testen möchte. Und da würde ich einfach die mit reingeben. Ich mag ja diese Edition-Paletten sehr gern. Ich habe schon drei verschiedene davon. Finde die Qualität wirklich spitzenklasse und freue mich auch schon, die hier zu testen. Genau. Gut. Machen wir mit den Paletten weiter, die ich heute testen möchte. Die altbekannten Städtepaletten von Essence kennen wir, glaube ich, jeder. Und es sind zwei neue rausgekommen. Vom Design her ein bisschen anders. Sonst waren sie ja immer quadratisch. Jetzt sind sie unten eben ein bisschen abgerundet. Und sie sind, glaube ich, auch ein bisschen schmaler, würde ich jetzt von meinem Gedächtnis her sagen. Ich bin sehr gespannt. 6,99 hat jede Palette gekostet. Ich habe einmal die Benvenuti Aroma und die Welcome to Miami Palette. Genau. Ich möchte auf jedem Auge einen Look schminken. Und das ist die Aroma Palette. Wunderschön. Ihr habt wirklich ein sehr, sehr warmes Farbschimmer mit so einem Orange. Wie beschreibt man das? Warme, braun, rosa Töne. Und halt diese zwei Farbkleckse, die mir natürlich sehr gut gefallen. Und dann haben wir die Welcome to Miami Palette, die eben extrem bunt, extrem auffällig ist. Und ja, sehr, sehr farbenfroh für Miami eben auch. Ihr bekommt Lila Töne, ihr bekommt aber auch so Türkistöne, so Orangetöne in Dunkelbraun. Also eine sehr, sehr coole und vielfältige Palette, finde ich. Ich hoffe, die Farben performen auch gut und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich würde einfach sagen, ich starte jetzt mal mit der Benvenuti Aroma Palette und würde als erstes in diesen Ton hier gehen mit einem großen, fluffigen Pinsel. Und ja, den gebe ich mir mal hier in der Lidfalte auf. Einfach so als Startton. Ich habe ja schon ein paar Städtepaletten daheim. Habe von denen aber nur die Tokio Palette getestet. Und die fand ich gut von der Qualität her, muss ich ehrlich sagen. Hat mir gut gefallen. Und die zwei haben mich halt auch voll angesprochen. Bei der Miami war ich mir am Anfang nicht so sicher, weil sie halt wirklich so all over the place ist mit den Farben. Was aber natürlich sehr, sehr gut zu Miami passt. Aber irgendwie hat sie mich dann doch angesprochen und ich dachte, Sina, nimm sie mit. Du würdest es bereuen, wenn du sie nicht kaufst. Ja, deshalb habe ich sie dann doch mitgenommen. Ich habe das übrigens alles bei Essence im Online-Shop bestellt. Genau, war auch relativ schnell da. Ich musste halt nur noch warten, weil es auf dem Postamt abgegeben wurde. Und da ich samstags arbeite und das Postamt bei uns dann nur bis 12.30 Uhr geöffnet hat, habe ich es einfach nicht geschafft, das Paket abzuholen. Und habe es dann, ja, vorgestern, vor, vorgestern, also Montag. Das hier seht ihr an dem Donnerstag bei der Post abgeholt. Vor meiner Schicht, da hatte ich aber Spätschicht und bin nicht mehr dazu gekommen. Und ja, schwierig, wenn man halt im Einzelhandel arbeitet und zum Teil lange Arbeitszeiten hat, da noch das unterzubringen. Aber naja, was soll man dazu sagen, ne? So. Ist halt ein sehr, sehr heller Ton, sieht man ja hier auch schon. Trotzdem, finde ich, ist er eigentlich ganz gut auf dem Lid rausgekommen. Kann mich jetzt nicht beschweren. Ja. Dann würde ich in den hier reingehen. T-Shades haben übrigens keine Namen. Aber ich möchte euch kurz nochmal was zeigen. Und zwar habt ihr hier, ich glaube, so seht ihr es besser. Ihr habt oben einmal ein Eis und hier wie so ein Olivenzweig eingedruckt, was ich eine sehr, sehr coole Idee finde, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe das ja, wenn so ein paar Sachen auf den Lidschatten drauf sind. Und jetzt geben wir uns den mal auf. Schön, aber ich hätte ihn mir dunkler vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Seht ihr das? Also ich hätte ihn mir dunkler vorgestellt. Was jetzt nicht negativ ist, aber er sieht im Pfännchen halt einfach ein bisschen dunkler aus. Vielleicht, wenn ihr ihn mit einem fester gebundenen Pinsel noch nehmt und auftragt, kriegt ihr da mehr Farbe raus. Aber er kommt auf dem Augenlid nicht ganz so dunkel rüber. Die Töne lassen sich aber wirklich schön miteinander verblenden, also da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ja, also gefällt mir an sich auf jeden Fall auch dieser Der Ton, finde ich, ist ein bisschen besser pigmentiert wie der aus der Mint-Palette von Catrice. Ich bin ja allgemein so, dass ich ehrlich gesagt die Essence-Lidschatten von der Qualität her meist besser finde. Nicht meist, sondern zu 99% als die Catrice-Lidschatten. Also das ist wirklich eine Ausnahme, wenn mir die Catrice-Lidschatten besser gefallen als Essence. Aber ja. Mir hatte da letztens unter das Video jemand auch drunter geschrieben, dass halt Catrice auch eine andere Zielgruppe ist als Essence. Essence ist halt jung, knallig, bunt sozusagen. Und Catrice ist halt dann doch, ich will jetzt nicht sagen für die Älteren, aber so ein bisschen subtiler alles halt. Und vielleicht sind deshalb die Lidschatten auch da immer so ein bisschen weniger pigmentiert als die von Essence. Fand ich einen sehr, sehr guten Kommentar, muss ich ehrlich sagen. Hatte ich in dem Falle auch nicht dran gedacht. Aber ja, die Person hat recht. Die Catrice-Kunden wollen vielleicht halt auch nicht dieses extrem knallige haben. Also ich freue mich immer über solche Kommentare, weil es mir einfach auch nochmal einen anderen Blickwinkel bietet. Deshalb, das fand ich eigentlich ganz cool. Die Farben sind auf jeden Fall schön. Ich finde auch das, was ich jetzt rausgekriegt habe, sehr, sehr schön. Wie gesagt, falls ihr den wirklich dunkler noch haben wollt, denke ich, wenn ihr mit so einem Shader-Brush reingeht und ihn wirklich drauf packt, dass ihr da nochmal mehr Farbe rauskriegt als jetzt das. Ja, trotzdem sehr, sehr schön. Und dann nehme ich mir, ich nehme mir einfach mal den hier, in dem die fünf weißen Punkte drin sind. Sieht aus wie so ein Würfel. Und da gehe ich jetzt mal rein mit dem Finger und den setze ich mir mal vorne auf. Ihr habt halt hier kein Schimmergrün drinnen, was ich mir so ein bisschen noch gewünscht hätte. Aber der Goldton ist auch okay. Wenn ihr übrigens mit dem Finger drin seid, die weißen Punkte verschwinden relativ schnell. Da nehme ich mir nochmal kurz ein bisschen was von dem Grün und blende hier drüber. Ich zeige euch am Ende natürlich auch noch Swatches. Von ein paar Shadows, die wir jetzt nicht benutzt haben. Damit ihr da nochmal ein paar seht. Aber an sich ein schöner Ton. Er ist nicht ganz so butterweich, wie die Shimmershapes, die ich sonst von Essence gewohnt bin. Aber vielleicht ist es jetzt auch nur der hier. Beim Swatchen werden wir ja nachher sehen, ob es alle sind. An sich gefällt mir der Look aber schon mal gut. Okay, gehen wir zur Welcome to Miami Palette, die auch von außen her schon so ein Farbknaller ist. Ihr habt ja auch immer nochmal so ein QR-Code drauf. Weiß jetzt nicht, was man damit sieht. Werde ich nachher auf jeden Fall mal noch ausprobieren. Und hier möchte ich gern was mit den zwei Lila Tönen. machen und würde als erstes in den hier gehen. Hier zeige ich euch auch nochmal kurz. Ja, so sieht man es. Ihr habt einmal einen Flamingo und einmal so einen Milkshake drauf. Genau. Wie gesagt, ich liebe ja sowas. Und da gehe ich jetzt wirklich in diesen hellen Flamingoton und setze mir den mal hier in die Lidfalte. Ich liebe ja Lila Looks. Und wisst ihr, woran mich diese Palette erinnert? Wirklich an so an Miami Weiß, so ein bisschen an die 80er, was so die Farben angeht. Ich meine, ich habe da noch nicht gelebt in den 80ern, aber das, was man halt so aus Zeitschriften oder von Bildern, aus Videos und so kennt, sind das wirklich so richtige 80er Jahre Farben. Was ich ja sehr, sehr cool finde. Knallig halt, ne? So eine Palette würdet ihr bei Catrice halt auch nicht finden, weil, wie die Person mir damals gesagt hat in dem Video, damals hört sich so dumm an, wie mir halt in dem Kommentar gesagt wurde, ist es halt eine andere Zielgruppe. Und da hat sie wirklich recht. Essence ist halt für die Jüngeren, in Anführungszeichen, für die, die gerne experimentieren, Neues ausprobieren möchten, knallige, coole Farben und sowas haben. Und Catrice ist halt so ein bisschen toned down. Hat aber beides was für sich. Muss aber sagen, dass ich halt die Essence Lidschatten einfach lieber mag. Ihr seht auch, wie wunderschön der schon rauskam. Wirklich nicht mit viel Arbeit. Zack, zack rein und ihr habt eine tolle Farbe rausbekommen. Also das gefällt mir sehr gut. Dann nehme ich mir einen kleinen Pinsel und gehe in die nächste dunklere Farbe. So, und mit dem gehe ich hier hinten ein bisschen aufs Lid und dunkel einfach ein bisschen ab. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Palette. Die Roma-Palette ist halt so ein bisschen subtiler. Ihr habt Orangetöne so ein bisschen, ihr habt warme Brauntöne und halt diese zwei Pop of Color. Aber in der Miami-Palette habt ihr halt Farbe pur. Hier ist halt alles drin. Finde ich auch cool, dass sie zwei wirklich so, 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 gegensätzige Paletten rausbringen. Ach ja, Leute. Ich bin schon wieder zu dumm zum Sprechen. Ja, was ich eigentlich ausdrücken wollte. Ich finde es cool, dass in einem Sortiment Update zwei wirklich so grundlegend verschiedene Paletten rauskommen und, ja, halt alles abgedeckt wird. Wenn man Bock auf Farbe hat, findet man was. Wenn man aber was Wärmeres, Neutraleres möchte, findet man was. Und mit der Palette, die ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, diese cool Nude Edition, die ich mir ja auch gekauft habe, ist halt was für jemand, der dann kühlere Töne möchte. Also ihr findet wirklich für jeden was. Und das finde ich bei einem Sortiment Update sehr, sehr schön. Ich finde es schade, dass Catrice in den Sortiments Updates immer so wenig Lidschattenpaletten rausbringt, weil das ist natürlich das, was mich am meisten anspricht. Da bringt Essence schon mehr raus, was das angeht. Auf jeden Fall schön, aber auch hier hätte ich es mir ein bisschen dunkler vorgestellt. Ich denke, hier trifft das Gleiche zu, wie wenn ihr das Grün nehmt. Einfach mit einem Packingpinsel reingehen und das wirklich aufs Lid drücken, dann bekommt ihr nochmal mehr Farbe raus. Möchte ich jetzt aber nicht. Ich lasse das jetzt so. Und auch hier hätte ich mir jetzt ein helleres Lila als Schimmer gewünscht, weil ihr doch ein relativ dunkles Lila habt, was hier hingehend sehr, sehr ähnlich ist. Ich glaube, dann werde ich auch hier in den Goldton einfach mal gehen. Und den setze ich mir vorne drauf. Okay. Finde ich jetzt nicht so gut von der Qualität. To be honest. Ich weiß nicht. Ich finde ihn nicht so metallisch. Also ich meine, ich war jetzt drei, vier Mal mit dem Finger drin, um das an Farbergebnis rauszubringen. Hm. Da bin ich sonst anderes von Essence gewohnt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es in Ordnung, aber ich hätte mir mehr erhofft, um ehrlich zu sein. Ich habe mir dann auch direkt noch eine neue Mascara mit aufgetragen. Und zwar ist das die die Sensitive But Wow Mascara, Volume Mascara for Sensitive Eyes, was ich sehr, sehr gut finde. Ich habe zwar keine so sensiblen Augen, aber für Leute, die da wirklich Probleme mit haben, finde ich sehr, sehr gut, dass Essence immer mehr so diese Sensitive Sachen rausbringt. Hier steht auch Easy Removal with Warm Water, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und ich lese euch einfach mal kurz vor, was sie können soll. Volumen Mascara, augenärztlich getestet an empfindlichen Augen und Kontaktlinsen-Trägern. Sie ist mit Calendula und Camomilla Flower Water. Okay. Ich finde sie sehr, sehr schön, muss ich sagen. Sie trennt die Wimpern wirklich sehr gut. Das ist das Bürstchen sehr angenehm. Volumen macht sie auf jeden Fall. Also mir gefällt sie gut, weil sie halt die Wimpern schön trennt. Ich habe wirklich, ja, ich habe sie wirklich gut auftragen können. Das Bürstchen ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Ihr kommt super an die unteren Wimpern damit, könnt aber auch die oberen Wimpern sehr, sehr schön machen. Ich mag das nicht, wenn ein Bürstchen zu groß ist, weil ich dann ein Problem habe, dass es unten überall hinschmiert. Aber die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Gut. Dann zeige ich euch noch Swatches, bevor wir die Lippenprodukte testen. Das hier sind vier Shades aus der Miami Palette und die sind aus der Roma Palette. Ich finde die Schimmer aus der Roma Palette besser. Ihr seht, glaube ich, hier auch ganz gut den Unterschied. Das sind die Schimmer aus der Miami Palette und das die aus der Roma Palette. Also man erkennt einen Unterschied. Die hier unten sind wirklich besser, was die Leuchtkraft angeht, als die aus der Miami Palette. Die aus der Miami Palette sind keine richtig extrem Metallics, die aus der Roma Palette aber schon. Die matten Shades finde ich in beiden Paletten super, wirklich cremig, butterweich, haben sich toll verblenden lassen. Nur, was die Schimmer angeht, bin ich eher auf der Seite der Roma Palette. Ich finde die einfach von der Leuchtkraft her schöner. Sie sind nicht schlecht in der Miami Palette, aber sie sind halt nicht genau das, was ich eigentlich an den Essence Schimmern gerne mag. Und das sind die aus der Palette schon eher. Ja, trotzdem finde ich beide Paletten gut, was das angeht. Falls euch die Farbschemen also zusagen, ich denke, ihr werdet es nicht bereuen für 6,99 Euro, sind das wirklich zwei sehr, sehr schöne Paletten. Gut, machen wir weiter mit den Lippenprodukten. Da habe ich mir zwei Lippenstifte ausgesucht, 2,49 Euro kosten die jeweils und die sind aus der neuen Hydra Mud-Reihe. Ich probiere ja sehr, sehr gerne neue Lippenstifte aus der Drogerie aus. Muss auch sagen, dass ich die Essence Lippenstifte immer super fand, die ich bis jetzt getestet habe und freue mich natürlich jetzt auf die zwei. Ich habe mir einmal die Farbe 402 Honey Slee Wie Honesty, aber mit Honey Slee. Ja, okay. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Und die Farbe Movement. Da kommt das kleine Kind in mir raus. Ich liebe solche Wortspiele, ja. Das ist ja genau meins. So, machen wir erstmal die Kleber hier ab. Gut vorbereitet, Sina. Super. So, das ist die Move-Farbe. Ich glaube, die werde ich jetzt nicht auf die Lippen auftragen, weil sie nicht so gut passt, aber hier habt ihr sie einmal gesmotscht. Oh mein Gott, es wird Zeit, dass ich aufhöre. Geswatscht. Extrem schön. Ich finde, sie ist auch sehr, sehr gut über die Haut geklitten, für das, dass sie matt ist, aber sie hat noch so einen leichten Glanz mit drinnen. Es sieht sehr, sehr pflegend aus. Das gefällt mir schon mal gut und das ist ja genau mein Move-Ton. Und dann würde ich mir jetzt Honestly, mein Gott, auftragen. Mal gucken. Also man merkt, dass es ein matter Lippenstift ist, weil er doch ein bisschen schwerer über die Lippe geht und der ist ganz schön stark parfümiert. Riecht aus so einer Mischung von Melone und Bubblegum so ein bisschen. Ja, wie Melonen-Kaugummi. Das ist grenzwertig. Ja, wie gesagt, er geht ein bisschen schwerer über die Lippe, weil es halt ein matter Lippenstift ist. Ist doch matter auf der Lippe, als ich jetzt gedacht hätte. Aber sehr, sehr schön auf jeden Fall. Riecht der hier auch so. Ja, okay. Falls ihr sensibel auf Duftstoffe seid, ich sage es einfach mal so, das Ding riecht wirklich stark. Es schmeckt auch so. Also jetzt gerade habe ich es noch extrem im Rachen. Ich denke, dass es mit der Zeit nachlassen wird, aber falls ihr da sehr sensibel darauf seid, würde ich die euch glaube ich nicht empfehlen, weil die, also der Move hat auch so gerochen. Ich swatch ihn euch jetzt einmal noch daneben, damit ihr einfach die zwei Töne seht. Wie gesagt, das ist ein matter Lippenstift. Er geht also ein bisschen schwerer über die Lippe. Fühlt sich jetzt aber nicht austrocknend an, wegen diesem Hydra-Matt auch. Fühlt sich sehr schön an. Ich mag das Packaging nicht so. Ich mag so knallige Farben nicht so gerne. Mir hätte es besser gefallen, wenn es schwarz oder weiß oder so gewesen wäre. Einfach ein bisschen klassischer, weil das sieht immer so laut aus. Wisst ihr, wie ich meine? Das gefällt mir nicht so gut. An sich aber wirklich ein schönes Produkt. Die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin auch ein großer Fan von so Bullet Lipsticks, immer noch. Trage ich meist sogar lieber als Liquid Lipsticks. Ich weiß, da zähle ich zur Minderheit, weil die meisten Liquid Lipsticks mögen. Aber, ach doch, die Farbe gefällt mir wirklich sehr. Ist angenehm auf den Lippen. Der Geruch ist nur wirklich sehr, sehr grenzwertig. Also, falls ihr da sensibel seid, geht erst mal in der Drogerie, wenn die Sachen in der Theke sind, hin. Riecht mal an dem Tester, ob ihr mit dem Geruch zurechtkommt oder nicht, weil ich finde ihn schon heftig. Aber ein wirklich schönes Produkt. Ich werde mir da auch noch mal mehr Farben angucken, weil ich ihn sehr, sehr angenehm auf der Lippe finde. Und die zwei Töne gefallen mir wirklich auch. Den Moffton muss ich unbedingt tragen. Also, ein schönes Produkt. Alles in allem, finde ich, waren die Produkte aus dem neuen Sortiments-Update sehr, sehr gut. Was nur sehr durchgefallen ist bei mir, ist dieser Tinted Moisturizer sozusagen, weil die hellste Farbe einfach nicht hell genug ist. Ansonsten fand ich die, ich muss kurz zur Seite gucken, was habe ich getestet? Ja, ansonsten fand ich alle Produkte sehr, sehr gut. Also, das Sortiments-Update hat mich mehr überzeugt als das von Catrice, muss ich ehrlich sagen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach ein größerer Essence-Fan bin. Einfach, was die Produktqualität angeht. Obwohl ich gerade zu der Miami-Palette eben sagen muss, dass mich die Schimmer da nicht ganz überzeugt haben. Ansonsten aber wirklich sehr, sehr schöne Produkte in dem neuen Sortiments-Update und ja, ich habe mich sehr gefreut, sie zu testen. Sagen wir es mal so. Ich liebe ja Sortiments-Updates, deshalb, da bin ich immer sehr gespannt drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!